Hallöchen, na alles klar, Tutorial 16, ich weiß nicht was Joko Winterscheid treibt, die Duelle bleiben, wir sind schon beim 16. Clip und ich kommentiere jetzt nicht die Clips von Joko, dieser Clip ist jetzt eine öffentliche Frage, wenn ein Superstar so ein Hähnchen, guck mal, das kochen heißt, essen würde, 500.000 Likes und die ganze Welt würde darüber sprechen, Beispiel Joko Winterscheid, wie er ein Hähnchen verpufft, vor laufender Kamera, vielleicht sogar dokumentiert von seinem Freund Klaas, ja und dann ist die Frage beim Tutorial 16, wieso darf ein Superstar ein Hähnchen essen vor laufender Kamera und so einer, ein YouTuber, der damit nicht, oder sagen wir mal so, er bekommt ein bis, wenn er Glück hat, 50 Likes, ne, wenn er so ein Hähnchen isst, vor laufender Kamera und so ein Joko Winterscheid, ist ja klar, der kriegt 500.000, und was macht er, er isst ein Hähnchen, ja, und wisst ihr, mir ist egal, ob nur ein Klick oder 50 Klick, ich kann euch nur eins sagen, diese Hähnchen schmecken und das ist real wichtiger. Vielen Dank.